Hallo, hier ist wieder Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem Anime CC 2017 Tutorial zum Thema Video. Das ist jetzt der zweite Teil des Videothemas und zwar geht es jetzt hier um HTML5 Canvas und die Videokomponente. Man kann jetzt ab dieser Version Videos in HTML5 Canvas abspielen mit der sogenannten Videokomponente. Das habe ich im ersten Teil schon erklärt, nochmal ganz schnell. Unter Fenster, Komponenten, gibt es hier unter Video eine Videokomponente, die zieht man sich auf die Bühne, wählt sie aus, gibt hier das, wenn man auf den Bleistift klickt, gibt man den Pfad zu dem Video an, kann man sich hier aussuchen und des Weiteren vergibt man hier einen Instanznamen. So, hier kann man dann noch sagen, ob Steuerelemente vorhanden sein sollen oder ob man das selber mit Steuerelementen versieht. Ich habe hier einen Play-Button, der hat den Instanznamen play-btn bekommen, ist ein ganz normaler Button, eine ganz normale Schaltfläche. Und damit möchte ich jetzt das Video abspielen. Und des Weiteren geht es jetzt hier darum, dass das Video an einer bestimmten Stelle oder an einem bestimmten Zeitpunkt stoppt. Ja, das möchte ich euch jetzt hier mal erklären. Und wenn man jetzt Videos hat und man hat irgendwelchen anderen Content, irgendwelche Movie Clips, dann möchte man ja unter Umständen, dass dann der Movie Clip über dem Video liegt, dass das Video gestoppt wird und dass dann irgendwie was weiß ich, ein Vorhang zugeht oder was auch immer. Das geht allerdings nicht so ohne weiteres. Was ich allerdings machen kann, ich kann das Video ausblenden. Ich kann also keinen Movie Clip vor das Video legen. Ich kann also nichts über das Video liegen. Das Video liegt immer ganz oben. Aber ich kann das Video ausblenden und an der Stelle dann was anderes anzeigen und dann bei Gelegenheit wieder einblenden. Das erkläre ich euch auch. So, also hier mein Video hat den Instanznamen Frog bekommen. Jetzt gehe ich mal hier in ein Bild der Ebene Actions und mache mal Fenster Aktionen auf. Und jetzt hat man die Möglichkeit, hier Codefragmente zu benutzen. HTML5 Canvas, Komponenten, Video. Da kann ich zum Beispiel hier das Video anhalten benutzen. Das Video eben auswählen. So, Video anhalten. Und dann steht hier dieser Befehl für Video anhalten. Des Weiteren brauche ich aber auch noch ein Click Event für meinen Button. Auch den kann man sich über die Codefragmente holen. Klicke ich den Button an. Klicke auf Ereignisprozeduren, Mausklick Ereignis. Und dann füge ich da mir hier so einen Event Händler, Event Listener ein für Mausklick. Da finde ich den Namen allerdings ein bisschen blöde. Den ändere ich mal ab in Stop oder Play Video. So, Play Video. Play Video. So, um ein Video abzuspielen. Da lautet übrigens der Befehl Play. Auch der befindet sich in den Codefragmenten. Und den füge ich jetzt hier ein. So. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mache mal Starung Enter. Da ist mein Video. Jetzt klicke ich auf Play. Jetzt spielt das Video ab. Wunderbar. So weit, so gut. So, jetzt möchte ich, dass mein Video an einer bestimmten Stelle stoppt. Das heißt, jetzt braucht mein Video einen Event Listener. Und da gibt es einen Event Listener, der heißt Time Update. Und dieser Event Listener, der läuft in Schleife durch. So, ich nehme mal hier mein Video Objekt. Das ist übrigens JQuery Schreibweise, das hier. Und hier schreibe ich den Event Time Update. Und dann nenne ich die Funktion mal Stop Video. So, und dann schreibe ich meine Funktion Stop Video. Jetzt habe ich die Möglichkeit abzufragen, ob mein Video eine bestimmte Zeit erreicht hat. Und das ist die Eigenschaft Current Time. Current Time. Das kann man alles in JavaScript nachschauen. Ja, wenn man mal JavaScript Video eingibt bei Google. Dann kommt man zum Beispiel hier auf eine Seite von Microsoft, wo das erklärt wird. Es gibt auch noch viele andere Seiten, wo man hier die ganzen Eigenschaften, die so ein Video Objekt hat, abfragen kann, wo sie erklärt werden mit Beispielen und so weiter. Da kann man das nachschauen. So, und Current Time ist eben die Abspielzeit, also da, wo der Abspielcursor gerade ist. Und wenn ich das jetzt in eine If-Struktur einmähne, ich schreibe mal If Current Time größer als 5 Sekunden, wenn also 5 Sekunden überschritten wurden, dann soll das Video stoppen. So, nehme ich mir die Stelle da raus, ändere das jetzt mal ab in Pause. Das haben wir eben eingefügt aus den Codefragmenten. Und ja, das war's. Hier oben mache ich mal Codeformatieren. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Ich spiele es ab. Und jetzt bleibt es stehen. Gut, ne, funktioniert also wunderbar. Ja, nach 5 Sekunden bleibt das Video stehen. Jetzt hatte ich ja gesagt, wenn ich jetzt beispielsweise nach diesem bestimmten Zeitpunkt etwas anderes anzeigen möchte, ja, dann kann ich nicht einfach mit Edge Schalter und Movie Clip über das Video legen, ne, wie man das sonst normalerweise macht, aber ich kann das Video ausblenden. Und, äh, mit JavaScript kann man Style Sheet Eigenschaften definieren. Das macht man eben, indem man schreibt Style, dann die Eigenschaft, die man ändern möchte, und dann gleich und dann der Wert, zum Beispiel DisplayNan. ne, DisplayNan blendet das Video dann komplett aus. Wenn ich es wieder einblenden möchte, schreibe ich DisplayBlock, ne, ist eine Display Eigenschaft, in CSS. So. Und siehe da, ne, das Video wird ausgeblendet, es wird gestoppt und es wird ausgeblendet. Und wenn ich es jetzt wieder abspielen lassen würde, würde es genau an der Stelle wieder abspielen. Ne, diesen Current Time Wert, den kann man übrigens auch setzen, ne, wenn ich jetzt sage, Frog, bla bla bla, Current Time, gleich 20 und sage dann Play, ne, dann würde das Video ab der Stelle 20 Sekunden abspielen. Ne, also so hat man jetzt Möglichkeiten, ein Video in dem Canvas Element zu steuern, auszublenden, einzublenden, zu stoppen und so weiter und so weiter. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Tutorial. Viel Spaß damit, euer Michael Albers von www.pasta.pixel.de www.pasta.at.at.at.at.at.a.